Nein, Augenlasern tut nicht weh. Augenlasern ist für wenige Sekunden unangenehm. Aber schon nach der Behandlung werden sie sehen, dass es sich mehr als ausgezahlt hat. In der Regel sind die Patienten verblüfft, wenn sie von der Laserliege aufstehen, wie viel sie schon sehen können. Auch wenn das Sehen vielleicht noch etwas milchig ist und das Auge noch etwas drehend. Aber die Begeisterung überwiegt. Ich lade Sie ganz herzlich ein, bei Ilese anzurufen. Unser Team kann Ihnen viele Fragen beantworten und Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Termin behilflich sein. Ich freue mich darauf, Sie bei Ilese begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017